Sollte man am Tag von Eid vor dem Verlassen der Wohnung eine ungerade Zahl an Dattel essen? Nein, das ist am Eid von Fittr. Eid al-Fittr, da isst du eine ungerade Zahl an Dattel. Nur dann, die Leute machen das allgemein, das ist falsch. So, an diesem Tag Eid al-Fittr isst du eine allgemeine, eine ungerade Zahl von Dattel und dann gehst du aus dem Haus heraus. Bei Eid al-Adha ist die Sunnah vom Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, gewesen, dass er rausgegangen ist aus dem Haus, ohne Feuer gegessen zu haben. Dann hat er seinen Schlachtopfer erlegt und hat das Erste, was er gegessen hat, vom Schlachtopfer. Das ist Sunnah, wenn man das machen kann, kann man will.